Inmitten eines Sturms von Kontroversen und Spekulationen sind die Sussexes in eine weitere hitzige Debatte verwickelt. Aktuelle Berichte eines Insiders enthüllen eine angespannte Begegnung zwischen Meghan Markle und Prinz Harry während ihres Aufenthalts im luxuriösen Half Moon Hotel auf Jamaika. Lady C., eine prominente britische Journalistin, erhielt einen Hinweis auf die Anwesenheit des Paares im Hotel, was sie dazu veranlasste, einen engen Freund zur Untersuchung zu schicken. Was dabei herauskam, enthüllte eine überraschende Dynamik in ihrer Beziehung und gab Aufschluss über die Herausforderungen, vor denen sie in der Öffentlichkeit stehen. Als die Freundin von Lady C. das Paar diskret beobachtete, wurde klar, dass im Paradies nicht alles in Ordnung war. Prinz Harry, der für sein charismatisches Lächeln bekannt ist, wurde dabei beobachtet, wie Meghan Markle mit einer Ernsthaftigkeit anstarrte, die die unterschwellige Anspannung verriet. Was könnte zu solch einer unerwarteten Veränderung ihrer Dynamik geführt haben? Um das Feuer anzuheizen, hatte Meghan einen Privatfotografen mitgebracht, der jede ihrer Bewegungen im Half Moon Hotel dokumentierte. Diese ständige Überwachung scheint Prinz Harry zu verärgern, der seit langem seine Verachtung für die aufdringliche Anwesenheit von Paparazzi zum Ausdruck bringt. Der Anblick eines Fotografen, der ihnen überall hinfolgte, verstärkte seine Frustration nur und schuf eine konfliktreiche Atmosphäre. Während ihres Aufenthalts nahm das Paar an der Premiere eines mit Spannung erwarteten Bob Marley-Films teil und lockte eine Menge Prominente nach Montego Bay. Meghan, die unbedingt glamouröse Momente mit anderen Stars festhalten wollte, suchte auf Schritt und Tritt nach Fotomöglichkeiten. Sie in ihr Wunsch nach dem Rampenlicht mit Harrys zurückhaltenderem Verhalten zu kollidieren. Als Meghan in die Kameras strahlte, wirkte Harry sichtlich wütend und frustriert, den Kopf gesenkt, als versuche er, dem Blick der Paparazzi zu entkommen. Das Half Moon Hotel, bekannt für seine Opulenz und Exklusivität mit einem atemberaubenden Preis von 4.300 US-Dollar pro Nacht, bot die perfekte Kulisse für ihren tropischen Kurzurlaub. In solch einer luxuriösen Umgebung brodeln die Spannungen zwischen Harry und Meghan unter der Oberfläche weiter. Im Rahmen einer privat arrangierten Reise, um größtmögliche Privatsphäre zu gewährleisten, wurde das Paar vom CEO von Bermond Pictures, einem engen Freund von ihnen, nach Jamaika geflogen. Diese exklusiven Vereinbarung, die darauf abzielt, sie vor neugierigen Blicken und aufdringlicher Berichterstattung in den Medien zu schützen, scheint es, dass Privatsphäre allein die Belastung, die mit ihrem hohen Bekanntheitsstatus einhergeht, nicht verhindern kann. Sicherheitsbedenken und der gestohlene Frieden haben das Paar gezwungen, jährlich unglaubliche 2 Millionen US-Dollar in die Sicherung ihres 1-Millionen-Dollar-Hauses in Kalifornien zu investieren, einem Zusuchtsort für ihre Familie. Nachdem die Sussexes von ihren königlichen Pflichten zurückgetreten waren, offenbarte der Aufenthalt im Half Moon Hotel auf Jamaika einen Riss in ihre scheinbar bildschönen Beziehung. Meghan Markles Wunsch nach dem Rampenlicht kollidierte mit Prinz Harrys Abneigung gegen ständige Überwachung, was zu Spannungen und Frustration führte. Während sie sich den Herausforderungen des öffentlichen Lebens stellen, wird deutlich, dass selbst luxuriöse Rückzugsorti sie nicht vor den Strapazen von Ruhm und Kontrolle schützen können. Die Welt beobachtet jede ihrer Bewegungen und fragt sich, was dem Paar bevorsteht und welche Lügen das unerbittliche Rampenlicht auf ihre Beziehung fordern wird.